Ergo... Ich mein... Ist das Aufgeben wirklich alle Quests abge... Ach, die werden ja nur abgebrochen. Ja, ich mein, ich könnte mal die wieder machen. Ja, ja, warum nicht? Jetzt regt sie's. Dann kann ich aber nicht. Gebt mir die Traumaturgiker. Wenn ihr euch der Barriere der Hubküsteabtei nähert, melde ich mich über das Gildensiegel bei euch. Wenn ich aus dem richtigen Abschnitt lese, sollte die Barriere deaktiviert werden. Geht jetzt. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Hey. Hey. Wir müssen jetzt auf dem Weg zur Gildebücherei. So. Wo wollt'n jetzt... Jetzt müssen wir da wieder hin. Was ist... Warum hin und her? Wääh. Rollplay und so. Ne, ich glaub du kannst ja sofort zuhöküssen. Da ist er doch oben. Tadaa. Uh, wow. Ja, die ist... Femm. Frag dich, Teleportation. Ja, ja. Dinge, die bei uns leider noch erst erfunden werden müssen. So, die Gildensiegel zum Beispiel. Ja. Wir müssen hier verschwinden! Er ist hinter uns her! Passt auf, Freunde. Gott. Geist da! Geist da! Geist da! Blas mir ein! Na, na, na. Na, na. Na, na. Jetzt kriegst du auf jeden Fall ordentlich Gold. Das ist gut. Äh. Dieser Geist hat mich an Harry Potter und... ...Einstein? ...Einstein erinnert... ...Einstein erinnert... ...Ein Pornoker? Nee, es war nicht Pornoker... ...I don't know... ...I know what one for sure... ...diese Geist sind sehr spooky... ...Wir sind einfach zu... ...vier zu stark... ...Ja, aber da würde ich grad von... ...Das Spiel... ...denkt einfach gar nicht, dass man so stark sein soll... ...ich wohnt hier... ...Nee, ja... ...ja, ich wohnt hier... ...aber die saugen ja halt Leben aus... ...das ist relativ edgy an den... ...Erfahrungen... ...ich weiß nicht mehr, wie ich... ...Ach, die sahen Trap, glaub ich, ne? ...Yo... ...Nice... ...Need... ...Einfach gibt's diese Experience... ...aber dass Erfahrung... ...auch ein... ...ääh... ...Objekt ist... ...ja, aber mit Shift... ...ääh... ...das überhaupt ne Physik hat... ...dass du's nicht einfach durch alles durchgehen kannst... ...ja, ist komisch, ne? ...das ist ne andere Stimme... ...das ist voll im Natal... ...E-R-E-T-O-R-E-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E ...maze-placed... ...dass vielleicht keine Stimmen da sind... ...nach deinem Verschwinden war ich besorgt... ...deine Schwester, ich weiß... ...deine Schwester, ich musste sie fesseln... ...oh... ...oh... ...unditsch... ...also... ...die Stimmen... ...die Stimmen sind... ...unditsch... ...wie du bist, Maes? ...ist du willst mich freestylen in Freestyle? ...Saches ich das blieb, aber das hat lange lange gedauert... ...hat das wieder zu lange gedauert... ...ja, aber... ...wichtig... ...die Zwang ist nicht viel von eurem kostbaren Blut verlor... ...deine... Der Septimus schießt. Oh, so. Das war richtig nett. Stimmt! Ich liebe dieses Voice-Acting! Ah ja, und dann teleportiert sie sich weg. Oh, tschüss! Jetzt ist hier... Alter! Was hast du getan mit deiner Wildskraft? Äh, falsche Dinge eingesetzt. Zuf... Weißt du, was dieser Kampf gegen Amazing Maze echt nervig war? Wenn sich die ganze Zeit wegtelefon... Ja, weg! Jetzt auf der Karte, glaube ich, nachverfolgen. Oh, Maze! Ja, du bist dann einfach tausend Kilometern weg und bebomb dich! Du bist so ein Bums! Ich war dabei als dein Hausbrander! Oh, nein, Maze! Dankeschön für deine... Yo! Ah, nein, der kann auch anzündern! Nein! Renn! 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 Er hat unsere Geheimwaffe! Er hat das Spiel verstanden! Hilfe! Kann ich... Du... Bummskopf! Mach einfach auch Anzünder! Das Spiel willst doch! Ja, Maze, wie schmeckt dir das? Ess mal noch. Ess mal noch. Ess lieber mal einen Apfel. Aber sonst... Diese Kämpfe, die sich immer durch die ganze Stadt ziehen. Naja, zum Glück ist es nur Faible, ne? Die Städte sind jetzt nicht allzu groß. Glaubst du, das werden die Qualität? Maze, burn im Fam! Spend some reload fire! Das... This isn't working. Yo, Maze is gonna wreck you! Eat something! Ei! Oder mach Fernkampf mit nem Bogen! Das wird nix! Oh! Ich mach's jetzt noch! Ich mein, irgendwann ist der auch noch auf dem Turm und nervt richtig! Oh! Schnauze! Ich hab andere Probleme gerade! Und sich an wie Dade! Das war bestimmt Dades Ghost! Ja! Ja! Komm ich... Wo... Bin ich hier richtig? Hallo? Denk schon, ne? Hau ein! Achso, es geht ja! Du kriegst doch noch... Was? Ja! Negatives... Ist er da überhaupt? Jo! Du musst negatives Kam... Oh mein Gott! Ja, na... Ja, warum... Hörn denn bis an zu einer Femme! Du musst schon mehr! Was denn mehr, he? Wack me again, you little shit in a clue! Ja doch! Schlimm, wenn du dabei warst! Oh! Was? Ist er jetzt ganz oben? Ja! Au... Ja! Was? 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 Das macht mir ganz zu zwei Schaden, ja... Oh! Oh, da sind wir nicht! Ich glaub der... Ja, und nicht mal 15! Ne! Äh, schade! Mein Lavender wird nämlich eine legendäre Waffe drin! Äh, ja, okay, wir müssen definitiv Schlüssel sammeln! Meine fucking Kamera! Gott! Weiße, so ein epischer Kampf zwischen zwei mächtigen Magier... ... oder Kriegern... ... oder was auch immer... ... und dann kommt da so ein popeliger Geist an und schreit dich einfach ran! Get away! Du musst doch einen Stick anzünder Tricks! Ne, der hat gerade... Wow! Der hat gerade seinen Schutz drin! Jetzt nicht mehr! Das war egal! Ich tu was! Okay, jetzt... Egal! Jetzt ist das Stick anzünder Tricks! Ich irrte mich! Vielleicht bist du stark genug, Jack zu besiegen! Ja, mit sieben Teiltränken schon! Du hast nicht viel Zeit! Er benutzt den Schlüssel, um alle Fokuspunkte in Albion zu aktivieren! Und dann... ... und dann gehört der Schwert ihm! Und es ist zu spät! Ja! Der Soundtyp für dieses Spiel sollte gefeiert werden! Ich versuche ihn aufzuhalten! Das kann keiner! Du willst wissen, warum ich es getan habe! Deine Schwester? Ich bin nur ein alter Feindling, Junge! Manche fürchten den Tod eben! Ah! Für einige von uns ist der Quest! Der Einzige, dem Tod zu entrennen! Um jeden Preis! Du bist... ... und im Tod zu entrennen! Es werden wir keine Gebäude! AAAAAAARRRGH! Epic! Das macht den Mann lieb. Oh Held, ich muss euch in der Gilde sprechen. Ihr habt den Status sehr berühmt erreicht. Sehr berühmt. Ihr habt den Whatsapp-Status bin zur Zeit nicht erreichbar erreicht. Bin vergeben. Ihr seid zurück. Es steht weit schlimmer als ich dachte. Mace' Verrat hat uns überrascht, aber wir haben größere Probleme. Jack versucht die alten Fokuspunkte in ganz Albion zu aktivieren. Ihr müsst ihn unbedingt aufhalten. Weitere Erklärungen per Gildensiegel. Und jetzt geht durch das Kalis-Tor. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Erstmal, ich will Tränke haben. Ich will mich einfach mit Tränken zudecken. Das ist halt das Wichtigste, was ich glaube ich machen kann. Wo gibt's am billigsten Tränke? Christian, na ne? Geh mal zum... Ja genau, geh mal zu ihm. Und dann guck mal, was der für unsere Waffen so bezahlt. Ihr findet bestimmt etwas, das euch zusagt. Ruf... erstmal erstmal rufen hier. Gibt's denn noch ein Waffen? Nnä, dat haben wir. Nein, was... äh... Nein, wir wollen ja verkaufen! Naja, ich will nur gucken, ob er hier verkauft. Achso. Äääääää... Wie ist denn da? Ich denke... Yo. Der makes good prices. Ja Gott. Alle 10, also ja genau. Alle 34. Wieso nicht? Das ist ne Investition, ne? Ja! Wow! 3000. Mensch. Waffen... Äääää... langsam. Eisen-Katana. Ja, ich will sofort weg damit. Hat... mal ausgerüstelt. Schmerzhammer. Weg. Ne, wie will das später ich die hier alle behalte, oder wat? Ach, haben wir die verbessert? Jo. Oh, ich wusste gar nicht, es waren die ja nicht mehr verkauft. Ich hab die hier. Eins so. Man will die einfach nicht, aber... Das nimmt ja immer alles an. Äääääää... Kann ich mich durchs Schlafen heilen? Ja, klar. Dann geh ich mal in Penn. Ich... ja, genau. Weil ich mein, man kann hier gar nicht ins Bett. Ich... Wir hatten hier aber ein Zimmer. Aber ich muss es gar nicht versuchen. Ja, man kann nämlich die ganzen Betten nämlich nicht benut... Oder Betten... Nicht benutzen, meine ich. Dann geh ich einfach zum... Ich kann hier mal meinen Heldensiegel benutzen. Es geht nicht. Ne. Egi. Egi. Meinst du, du kannst bei Aldi pinnen? Ja, hatte ich nämlich eigentlich... Boah, ne? Ich geh... ich geh auf jetzt zu Bowerstone. Wer schläft vor Aldi? Warte mal. Warum gehst du nicht einfach in das Colourstore davon? Weil ich glaub der T-Port geht mich dann direkt. Glaub nicht, oder? Das ist meine Quest da rein zu gehen. Ah, stimmt, ne? Probier mal da hin zu laufen. Ist ja nicht... Ist ja um die Ecke hier. Ja gut, dass das geht. LOL. Das Spiel will wirklich, dass du da rein gehst. The game really wants me to do this. Jo. Kick. Hallo? Rose. Rose. Ist das nicht Dornenbusch oder so? Ja, stimmt ja. Dornenbüschlein? Warum? Ein Feind hat das direkt den Fokuspunkt im Witchbot aktiviert. Ich war vorwärten Untertitel ausgemacht. Das wäre der größte Bumme geworden. Ja, hallo, Wachmann. Gut, dass du deine Arbeit erledigst. Ne, ich bleib nur hier. Glaub ich ignorier alles, ne? Kommen wir eh alle wieder. Du kennst Synthim an, entfuckst him ab. Ja, ne. Ja. Kampf auf Leben und Tod. Jo, fast, ne. Was zur Hölle? Wie? Pfff. Mace konnte euch nicht halten? Ja. Er hätte den Tag sowieso nicht überlebt. Sein Nutzen war praktisch gleich Null. Hier kommt ihr zu spät. Dieser Punkt ist aktiv, aber keine Sorge. Fertig. Das hat was mit den Kameraengeln zu tun, ne? Ja klar, das ist ein 3D-Soundsystem. Aber... Meinst du, wenn man das auf Stereo umstellt, dann hat man wieder alles normal? Nee. Eben nicht. Das ist ja eben... Nee, das ist das die Kamera. Dann... Jack ist am Greenwood Sea-Focus-Punkt. Ja, schluss auf. Äh, die Kamera denkt irgendwie, da wäre Element dazwischen und deswegen blockt sie den Ton aus. Was? Oh, jetzt machen wir ihn. Ja, ne. Oh, jetzt machen wir ihn.